Wenn unser Glaube nur durch unseren Wohnort und unsere Familie bestimmt wird, was bedeutet es dann für Menschen, die in einer atheistisch geprägten Familie oder Umgebung groß geworden sind? Manche Atheisten zeigen auf gläubige Menschen und sagen, du bist doch nur deswegen Christ, weil du in einer christlichen Familie groß geworden bist oder weil du in einer christlichen Kultur, in einem christlichen Land groß geworden bist. Wärst du in Saudi-Arabien auf die Welt gekommen, dann wärst du heute nicht Christ, sondern Muslim. Tatsache ist, dein Wohnort sagt nichts, 0,0, über die Wahrheit deiner Weltanschauung aus, mal ganz unabhängig davon, welche Weltanschauung du hast, welcher du angehörst. Jeder Mensch wächst innerhalb einer bestimmten Kultur auf, innerhalb einer bestimmten Familie auf, wo ihm bestimmte Weltanschauungen von klein auf vermittelt werden. Ob das jetzt eine Religion ist, eine bestimmte, oder eine politische Ansicht, mit der man geprägt wird. Oder eine Weltanschauung, die nicht religiös ist, wie der Atheismus, wo in Ostdeutschland oder China die meisten Menschen von geprägt werden, von klein auf an. Und ich hab noch nie mit einem Atheisten gesprochen, der auf die Idee kommen würde, zu sagen, der Atheismus ist falsch, Gott existiert, weil es irgendwo in bestimmten Teilen der Welt Menschen gibt, die von klein auf vom Atheismus geprägt werden und von atheistischen Eltern und atheistischen Lehrern geprägt werden. So nach dieser Logik könnte eine Weltanschauung eigentlich nur dann richtig sein, wenn es die erste Generation an Menschen ist, die mit dieser Weltanschauung konfrontiert werden. Und sobald irgendjemand von Eltern oder einer Kultur geprägt wurde, wo diese Weltanschauung vorherrschend war, dann ist diese Person eigentlich schon nicht mehr neutral und nicht mehr kognitiv in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen. Und das sehen wir, das macht überhaupt keinen Sinn. So gesehen dürfte man nämlich von gar nichts überzeugt sein, weil jeder von irgendwas geprägt wird in der einen oder anderen Weise. So, das sagt nichts über die Wahrheit oder Unwahrheit einer Weltanschauung aus, ob man davon geprägt wurde, weil jeder kann ja auch gerade vielleicht an dem Ort oder der Familie aufwachsen und geprägt werden, wo ihm eine richtige Weltanschauung vermittelt worden ist. Und selbst wenn jemand nur deswegen an etwas glaubt, weil seine Eltern ihm das beigebracht haben und er es selber nicht nachgeprüft hat und sicherlich wird es leider auch bei manchen Christen der Fall sein, dann sagt es in keiner Hinsicht etwas darüber aus, ob das, was ihm beigebracht wurde, falsch ist. Nur, dass es halt blind glaubt. Aber man kann ja auch blind an etwas glauben, das wahr ist. Also statt Leuten vorzuwerfen, sie glauben nur, weil ihre Eltern ihre Umgebung Christen sind, sollte man lieber sich inhaltlich damit auseinandersetzen, was sie zu sagen haben. Und die Aussage hat außerdem auch eine gewisse Doppelmoral. Weil der, der sowas sagt, wird es wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht selber auf sich anwenden. Man könnte den Spieß nämlich auch genauso gut umdrehen. Es stimmt, Kinder, die in einer christlich geprägten Kultur groß geworden sind, die neigen eher dazu, auch Christen zu sein. Richtig. Aber genauso ist es ja auch andersrum. Kinder, die in einer atheistisch geprägten Kultur groß geworden sind, die neigen eher dazu, später auch Atheisten zu sein. Leute, die in einer pluralistischen Kultur, pluralistischen Familie aufgewachsen sind und davon ausgehen, dass alle Religionen doch eigentlich das gleiche glauben, die würden wahrscheinlich nicht so ticken, wenn sie in einem islamischen Land oder in einer buddhistischen Kultur aufgewachsen wären. Man könnte nämlich genauso gut auch sagen, hey, du bist doch nur Pluralist, du bist doch nur Atheist, weil du von einem Umfeld geprägt wurdest, in dem der Glaube an Gott keine Rolle spielt. So gesehen ist die Ansicht, dass es keinen Gott gibt, auch nur eine gesellschaftliche Prägung, Strömung, die vor allem in dem Westen vorherrschend ist, global gesehen ist Religion auf dem Vormarsch. Wenn die Person also aus einer nicht-religiösen Familie kommt, dann schneidet sie sich mit dieser Aussage selber ins Bein, weil man den Spieß auch umdrehen könnte und es auf sie anwenden. Und wenn sie aus einem religiösen Umfeld kommt, dann ist sie damit der lebende Gegenbeweis für ihre Aussage, weil sie heute selber an was anderes glaubt, wie die Weltanschauung, mit der ihre Familie oder die Menschen an ihrem Wohnort sie geprägt haben, aussagt. Jeder, der in einem mehrheitlich christlichen Land aufgewachsen ist und dann später Atheist wird, ist ein Gegenbeweis für die Aussage, dass man nur deswegen glaubt, weil einem das so vermittelt wurde, weil er zeigt, dass man auch sich entscheiden kann, zu einer anderen Überzeugung zu kommen, als das, was einem vermittelt wurde. In einem Land aufgewachsen zu sein, das mehrheitlich einer Religion angehört, heißt nicht zwingend, dass man sich für diese Religion auch entscheiden muss. Und deswegen ist diese Aussage falsch, wenn jemand sie trifft, dass jemand nur deswegen glaubt, weil er so geprägt worden ist. Sie kann falsch sein, sie muss nicht immer stimmen. Jesus, er lädt uns auf jeden Fall nicht dazu ein, blind nur etwas deswegen zu glauben, weil unsere Eltern oder unsere Kultur uns das vermittelt hätten, sondern lädt uns dazu ein, Gott zu lieben mit unserer ganzen Seele, unserem ganzen Herzen, aber auch unserem ganzen Verstand. Den sollen wir nicht ausschalten bei dem Glauben an ihn. Christen, die ihren Glauben also richtig leben, die glauben nicht nur deswegen an Jesus, weil ihnen das so vermittelt worden ist von ihren Eltern oder ihrer Kultur, sondern weil sie wissen, was dafür spricht, dass dieser Gott, dass Jesus real ist. Gott, dass Jesus real ist.